...ist der Reporter in der Wattenscheider Lohrheide. Und seit 19.30 Uhr läuft für diese beiden Mannschaften der Endkampf um den Klassenerhalt und zwar logisch unter Flutlicht. Nichts Besonderes denken Sie und ob, denn Wattenscheid leidet unter einem regelrechten Kunstlichtkomplex. In neun Abendspielen setzte es sieben Niederlagen und es gab keinen einzigen Sieg. Anders der Gast aus Dresden, die letzten fünf Spiele gab's unter Flutlicht. Und die Bilanz kann sich sehen lassen, 8 zu 2 Punkte. Also wenn's danach geht, Dynamo in den schwarz-gelben Trikots der Favorit. Aber erst Marek Ball für Wattenscheid, den Tritt Stefan Studer und Thorsten Fink. Die erste nennenswerte Aktion aus der dritten Minute. Ansonsten Vorsicht in der Anfangsphase, bei beiden Mannschaften das oberste Gebot, bloß nicht verlieren. Jörg Bach war das gerade, dann Marek Lesen hier. Sein Anspiel auf Suleyman Sané und Czerb Sheshov im Tor von Dynamo. Marek Lesenjak stark in der Anfangsphase und auch später, wie wir sehen werden, dann Kern mit den Fußspitzen und Czerb Sheshov mit demselbigen an den Fink. Er war übrigens der einzige Neuer auf dem Platz. Henry Fuchs vom 1. FC Köln bis zum Saisonende an Dresden ausgeliehen. Sein Debüt heute Abend als zweite Spitze neben Marschall und Dresden im Angriff mit Henry Fuchs. Da haben wir ihn, den Neuen hier gegen Jörg Bach. Ein Anspiel auf Markus Kranz. Aufgepasst, der geht vorbei an Emmerling und fällt. Schiedsrichter Osmas gibt die Elfmitte. Zu hart, wie ich meine. Wir sehen es hier, Kranz zieht vorbei an Emmerling. Da, da muss er zurückbleiben, aber dann berührt er ihn eigentlich nur ein bisschen. Kranz fällt eine harte Entscheidung, wie auch immer. Marschall gegen May. 0 zu 1, 17. Minute. Olaf Marschall, sein neuntes Saisontor und ein besonderes. Denn es war der dritte Elfmeter, den es in dieser Saison für Dynamo gab. Und der allererste, der auch verwandelt wurde. Noch im Hinspiel hatte übrigens Detlef Schössler gegen Wappenstein. Verschossen dann dieses Foul von Stefan Emmerling an Biotr Nowak. Unschöne Szene und die Konsequenz, der Dresdner musste verletzt ausscheiden. Und das war auf ihm zum Debüt, Neuzugang Nummer 2 bei Dynamo. Henrik Riesom, 25 Jahre alt, dänischer Nationalspieler. Und er kam aus Kopenhagen. Und jetzt kamen die Wattenscheider mit Studer. Kula verpasst die Dresdner Abwehr auch. Und Gott sei Dank für Dynamo auch dieser Mann zu Lehmann. Sané, das hätte der Ausgleich sein können. Dann wieder die Gäste. Ein munteres Spiel in dieser Phase. Olaf Marschall gegen Emmerling. Der so seine Probleme hatte da hinten drin. Und Stevic, ein klasse Anspiel auf Riesom, den Neuen. Vier Minuten nach seiner Einwechslung. Diese Chance, doch nicht der berühmte Einstand. Nach Mars Unordnung in Wattenscheids ungebaute Abwehr. Neuhaus und Bach tauschten die Plätze. Bach, der neue Libero. Und Neuhaus jetzt Mandekker mit Offensiver. Freistoß für Wattenscheid 0,9. Und den wird treten Hans-Werner Moser. Der Mann auf der rechten Außenposition. Detlef Schössler. Und dieser Schuss kam von Thorsten Fink. Der verzog die Vorbereitung. Gerade eben kam von Marek Lesniak. Und sein Gegenüber. Da hinten die zwei in gelb. Detlef Schössler. Der hatte Probleme mit ihm. Schauen Sie mal, wie der loslegte. Und Kula. Der Ausgleich lag in der Luft. Und er wäre auch verliebt gewesen. Und gleich nochmal die Gastgeber mit Stefan Emmerling. Dann wieder Detlef Schössler bei Lesniak. Aber er verpasst. Marek Lesniak mit der Chance. Und das Tor. Der Jubel des aber nur, na sagen wir mal, halben Torschützen. Denn Dresdens Mario Kern hatte den Ball in der 43. Minute zum Ausgleich über die Linie gedrückt. Wir werden das gleich in der Wiederholung sehen. Aber den Hauptteil der Arbeit, den erledigte Marek Lesniak. Hier haben Sie gesehen. Schössler verpasst dann schön angenommen von Lesniak. Er spitzelt den Ball vorbei am Keeper. Und hier eindeutig vor der Linie. Also in diesem Sinne Kern. Der Torschütze. 1 zu 1. Und Marek Lesniak. Er war der beste Mann auf dem Platz. Da ist er. Was macht er jetzt? Herrliches Anspiel auf Sané. Aber der kriegt die Chance. Eine Minute vor der Pause. Diese Szene. Hier Lesniak mit viel Übersicht zum Senegalesen. Aber 1 zu 1 ist lieb bei diesem Ergebnis zur Pause. Der Blick auf die Tribüne. Der Blick auf eine Lady. Britta Steinmann. Da haben wir sie im Halbzeitplausch. Die vielleicht ja erste Bundesliga-Managerin. Dazu nach dem Spielbericht noch mehr. Denn erstmal ruft die zweite Halbzeit. Und die begann, wie die erste aufgehört hatte. Mit aggressiven Wattenscheidern Stefan Studer. Mit vollem Risiko genommen. Studer mit einer guten Leistung. Immer wieder Gefahr über seine Außenposition. Viele gute Studer-Flanken. Wie jetzt. Und in der Mitte Thorsten Fink's Geschenk für Czerne Cessor. Genau in die Arme. Er brauchte sich gar nicht bewegen. Freistoß dann auf der Gegenseite. Für Dynamos. Stevic am Ball. Der Schuss aber von Kranz. Gefährlich. Aber Udo May im zweiten Anlauf. Herr der Lage. Sie sehen es hier. Mose hat ihm die Sicht versperrt. Aber dann hat er ihn. Dynamos ohne den verletzten Hans-Uwe Pilz. Mauck spielte Libero. Trotzdem die Abwehr stand gut. Und über ihn, über Markus Kranz, ging viel nach vorne. Hier. Und Stevic. 75 Minuten waren gespielt. Hier hätten sie durchaus wieder in Führung gehen können. Die Führung wäre ein bisschen glücklich gewesen. Hier das Hereinspiel von Kranz. Henry Fuchs verpasst. Bis jetzt war es nicht sein Abend im ersten Spiel für Dynamos. Noch 10 Minuten zu spielen. Wattenscheid musste kommen. Sie brauchen mehr als nur ein Unentschieden, um da unten rauszukommen. Wieder mal Stefan Studer. Und Kerne rettet zunächst. Und dann Wolters mit vollem Risiko. Aber vergeben diese Gelegenheit aus der 81. Minute. Weiterhin 1 zu 1. Hier zunächst die Rettung von Kerne. Und dann Wolters. Die letzten Minuten. Noch mal die Gäste im Angriff, die jetzt etwas mehr Platz hatten vorne zum Kontern, weil Wattenscheid kam. Dann doch Henry Fuchs vorbei an Kula. Aber zu hartlos. Jörgler klärt zum Eckball. Also immerhin die letzten Sekunden. Und noch mal ein Eckstoß. Und ein bisschen Hoffnung für Dynamos Dresden. Da ist er, der Eckstoß. Marschall köpft. May hält Ende der Veranstaltung. Es blieb beim Remis. 1 zu 1 Jubel bei den Dresdnern. Denn sie können im Gegensatz zu den Wattenscheidern mit dem Punkt zufrieden sein. Und Alexander von der Gröben sprach nach dem Spiel mit Wattenscheidstrainer Hannes Bongards. Wir haben gut gestanden. Wenn man das Tor jetzt sieht. Ein dummer Elfmeter, der eben ein individueller Fehler vom Stefan Emmerling war. Ansonsten zu Null gespielt. Und dann wäre genau das passiert, was ich mir vorgestellt hätte. So ein Spiel vielleicht auch mal 1 zu Null nach Hause schaukeln. Aber ich muss sagen, Dynamo jederzeit auch brandgefährlich. Und so ganz traurig dann mit dem Punkt darf man auch nicht sein. Wattenscheid hat diese Saison 10 Mal unter Flutlicht gespielt. 7 Mal verloren und 3 unentschieden. Messen Sie als Trainer solcher Statistik eigentlich irgendeine Bedeutung? Überhaupt nicht. Dann wäre ich ja abergläubig. Aber das sollten Sie in Wattenscheid besser mal werden. Denn nach dem 10. Flutlichtspiel die erschreckende Bilanz. Viel Licht. Aber nur 3 zu 17 Punkte.